Oh Mann, echt Ich glaube, aber das kannst du gar nicht schaffen, wenn die hüpfen Weil sonst Oder auch doch Oder auch nicht Ich weiß es nicht Nein, hau ich den auch noch vorbei Oh Ups Oh Mann, wer liegt denn da Seinen Ball mitten Dreimal darfst du raten Das war gut, jetzt bin ich drüben Ich habe es nur nicht mal vergeigen Ja, das sieht gut aus, komm, komm, komm Oh ne Yes Ich habe wieder gecheatet Nicht unbedingt auf was, auf was ich stolz wäre Boom Start my game Aber diesmal nicht drei Schläge Ach, sag ich noch am Start Ja Wen wundert's Ey, du musst auf die Säule, Puh Ach, was du nicht sagst Ach so, ich dachte, du weißt nicht, wie es geht Wenn du schießt einfach in der Mitte durch Danke, dass du es mir sagst Ich hätte sonst nicht gesehen Äh, doch, ich weiß schon, wie es in der Theorie funktioniert Aber in der Praxis bin ich halt einfach zu dumm Das war das nächste Was ich an der Bahn bis jetzt hatte Das passiert normalerweise Oder zwischendurch Aber egal, out of time Oh, duuude Ja, das läuft ja richtig Ah, das war das mit dem gegen den Dings Gegen den Stein Oh, das war zu viel Das ist immer zu viel Das ist wegen der Dings Weil die laufen können Nein, wegen Weil die Gravitation erhöht ist Und dann fallen die nicht so schnell Das ist das Problem Sag ich schon die ganze Zeit Obwohl mir hört ja keiner zu Hat Kevin wieder irgendwas eingestellt Ja, Kevin ist schuld, genau Alles ist Kevins schuld Da kommt man nie rüber Technisch nicht machbar Das ist, ja, nicht möglich Vielleicht höchstens jetzt Wenn du auf so ne Säule Aber selbst das glaube ich nicht Oh, na so schon mal gar nicht Nee, das geht leider gar nicht Was lachst du so streckig Wo bist du schon wieder? Irgend so bei euch Hätte mir jetzt halt noch zugekorten Ah, so könnte es klappen Warte, ich probiere das mal Ah, jetzt habe ich keine Schläge mehr Ja, aber auch noch einen Out of strokes Jawohl, ich habe es rüber geschafft Ich schaffst sogar ins Loch Nein Das gibt es ja nicht Ja, aber ich liege vor dem Loch Ja, ich liege vor dem Loch Aber ich verrate euch nicht, wie es geht Ja, ich bin raus Ja, ich bin raus Auch wenn mein Ball lustigerweise da noch rumlegt Also ist es Mann Wie hast du es jetzt gemacht? Ich bin einfach davor auf die Platte gesprungen, damit ich nicht die ganze Anlauffläche habe, sondern nur das letzte Drittel Dann habe ich auch weniger Geschwindigkeit draufgekriegt Weißt du, wie ich mein, von diesem Gaspedal, sag ich mal Gaspedal Ja, von dem Ich weiß, was du meinst Sexting halt Oh Mann Geht halt schon wieder gut los Ich kenne mich nicht darüber Du elender Cheater, du Da müssen wir doch gar nicht hin, oder? Doch Echt? Warte Wo bin ich denn jetzt denn? Back Ganz Weit Back Nee, da müssen wir nicht hin Doch, klar Da geht die Bahn genau entlang Ja, bei mir bricht es ab auf den Weg dahin Ja, und da ist die Schanze Die Schanze Aber ich fliege halt bei den Dingen halt raus, wenn es so schnell geht Ja, weil ich weiß, würde auch die Gravitation wieder nicht passt Oh Ja Keine Chance Immer sobald es hochbeschleunigt, fliegst raus Nein, nur noch zwei Sekunden, das gibt's doch nicht Oh nein Oh nein Entschuldigung Gubst du zu weit? Drei Schläge, Bitches Boi Boink 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 Rube, lass den kleinen in Ruhe Beste Truff Nee ein bär doch die bäume durch die rechten hast du mein kevin g ach verdammt nee das geht nicht ja ich bin drüber also ich komm schon da so schnell rüber ich kann so schnell gar nicht klicken ja der hat ja auch eine andere startposition weißt du ach so der ist ja weiter links jetzt gewesen zwei als maul keiner mag angeber ich schon nee du würdest andere angeber auch nicht mögen der koschmetz erzähle was du willst märchen was los vielleicht trennt er auch den ball hinterher ja jetzt die katze ich hab doch umgestellt das irritiert die kätzchen immer jetzt guckt er das dieses alte schubladen kommoden regal dingsbums an was noch vom vormieter hier steht wo er immer als er noch ein bisschen dünner war in der schubladenkommode von oben nach unten geklettert ist und so kein zucker und kein getreide ja wollte ich dir noch sagen du hast voll gut eingekauft mein schatz hast du richtig gut gemacht bei dem anderen ist nur ein bisschen zucker drin aber das ist ja nicht so schlimm weil die kriegen das ja nicht so oft das kevin hat leckerlis gekauft deswegen okay mach mal einen 24 stunden katzen stream wer der shit ich sag's dir der shit wer das ja da kommt ja gleich eingerannt der kleine dicke karte aus der hand fressen tun wir nicht so jetzt aber aaaaaaah mein pipi nein der kleine frisst die ganze hand mit auf ja nice der ist so ein staubsauger ist unfassbar der frisst halt alles jetzt ist gut ihr zwei das war's genug der einkrümel und jetzt erwartest du dass die weg gehen ab oi 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 komm her auf mein Knie ey Marvin du Sau bist du weggeflogen oder? ja ich wollte gerade loslassen und dann bin ich einfach am anderen ende des spielfelds gelandet oh also auf der anderen Seite ich auch schade ja ne ja danke du mich auch das ist aber schade sagt er sauer schade bist du wirklich? nein ja oh gibt's doch nicht warum kann der in der luft nicht normal springen worauf soll er denn springen wenn er in der luft ist? oh oh das war zu weit ups achso aber das ist jetzt zu niedrig ach man schon wieder zwölf stück verbraten das habe ich auch probiert das ging nicht na 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 ist ein bisschen zu wenig nein 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 zum früh gefreut genau dazwischen und Zeit abgelaufen ah aber jetzt war ich drüben nein 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 das bist du nicht absolut gar nicht kann so schnell echt nicht klicken das ist kein Problem weißt du warst gerade zu weit ja wie kannst du so schnell klicken ja 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 drüben und 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 komm 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 ja 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 Oh, Mann. Ich sah da halt den normalen Weg gegangen, als du trotzdem unter Marvin schlägst. Hä? Ich bin doch gar keinen normalen Weg gegangen. Bist du ja wie die normale Schanze, oder nicht? Nee, ich hab auch abgekürzt. Nicht so gut wie ihr, hab ich aber auch abgekürzt. Ach, komm! Die heiß Gravitation, hey. Kommt man da nach links so rüber, oder geht das nicht? Weiß ich noch nicht. Och, Mann. Kannst du nicht einfach direkt vor mir spawnen, was soll denn der Scheiß? Nicht wegkicken, einfach ohne Grund. Ja, ich geh drüben. Ja, den normalen Weg, oder so? Nee, so. Weil er ein Otto ist. Ein Oh-Oh. Ja, Mann. Gieß er. Pfff. Dieses Spiel ist doof. So doof. Ah, das gibt's doch nicht. Sie ist doof. So doof. Oh, ein dummes Spiel. So dumm, dass noch nicht mal der Kater bei mir ist. Ich bin drin. Ah, halt's Maul. Ich möchte aber jetzt einen Euro für jedes Ich-Bin-Drin. Oh, Mann. Das klang aber schön jetzt über die Lautsprecher. Schatz? Hm? Ja. Oh, doch. Oh, Mann. Oh, verdammt, jetzt hüpfel ich. Ja, roll halt wieder bis zum Start durch. Oh, 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 oh. Ja, drüben. Oh, mein Gott, Alter. Hab gehört, sagen. Ich hab gehört, oh, na. Und? Ah, fast drin. Drüben. Also, ich muss mal sagen, ich bin echt gut im Abschätzen. Ja, ja, bla, bla, bla. Oh, nein. Oh, nein. Am gleichen Fleck. Ja, tut mir leid. Äh, war schön mit euch. Warum auch immer. Am genau gleichen Fleck. Ich glaub, wahrscheinlich hat das Lübbel einfach nur in dem Back. Ja. Oder der Mac. Genau. Oh, okay. Jetzt bin ich sicher.